ich denke ja ich sollte online sein ich bin doch nicht bei mir online oder ist doch glaube ich mein account oder ich muss noch kurz nachgucken leute ich muss kurz nachgucken ob das ob das auf meinem account ausgestrahlt wird oder auf dem account von meinem bruder sollte eigentlich auf meinem account ausgestrahlt werden weil das ich mich mit meinem account angemeldet habe mal gucken tatsache okay super ja leute neuer live stream ihr seht ich bin hier auf dem account von meinem bruder ich habe hier auch schon ein paar skins gesammelt spiele mit dem abkommandant und wir sind hier battle passstufe 66 hier können wir auf jeden fall auch ziemlich viel machen ja und ich werde jetzt noch so ich denke mal bis wir haben jetzt gleich sechs uhr ja vier stunden ungefähr hatte ich jetzt was zu streamen leute wisst ihr wie man so macht man sehen wir haben plötte oh mein gosh Oh my gosh! Okay. Leute, zählt die Towers! Ich hab mich schon grad eben noch mal ein bisschen eingespielt. Nachdem ich den livestream beendet hatte, hatte ich mich noch mal eingespielt. Ich würd sagen, let's go direkt raus. Wir gehen jetzt zum Clock Tower. Falls ihr mehr Bock habt mit mir zu spielen, einfach anschreiben auf PS4. Scheiße, du hast Snow Duck IP. Einfach anschreiben, Leute. Aber ich werd wahrscheinlich nicht so oft auf diesem Account spielen, sondern auf einem anderen. Da heiße ich Line IP 2005. Ja. Ansonst könnt ihr mich einfach Leon nennen. Das passt auch. Ja. 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 Bist dust. Wist dust. Anspannung steigt. Anspannung steigt. Anspannung steigt. Anspannung steigt. Anspannung steigt. Meine Güte, sowas regt mich einfach auf. Oh, sorry. Anspannung steigt. 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 Ja, das ist doch eben die Geschmack. Ja! Endlich! Ich hab kein Headset. Also ich hab eins, aber dann... Ich hab eins, aber dann... Es ist kaputt, ich hör euch da nicht. Aber ob man mir in die Pfanne eigentlich so offline gestellt? Nee, glaub nicht. Ach so, ich bin auf dem anderen Account. Ja, Arne, da geht alles. Nee, ich bin auf dem Account meines Bruders. Ach so. Moin, moin. So, dann lade ich dich ein. Hä, du wirst aber Snowboard ist auch nicht online. Ja, dann kann es sein, dass ich online gestellt bin. Ja, dann lade ich dich ein. Dann bin ich grad mit. Er ist aus unserer Schule. Da oben hab ich gerade. Also, bist du noch im Stream? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Bastian macht mit aus meiner Klasse, ne? Also, wenn es in Ordnung ist. Nö? Nö, Leon? Ja, ist okay für mich. Okay. Nö, das ist so schön. Ja, das ist so schön. Ja, das ist so schön. Ja, das ist so schön. Oh! Heide, Digga. Kann man mal Ruhe lassen, hier? Ja, ich weiß nicht. So viel mit deinem Headset hat er gesagt. So, nirg, die Stalker. Ja, frag beißt ihm, ob das okay ist. Nirg, du bist gerade entzildet, ne? Ja, ja. Nirg, du bist ein Jaxchak. Stalker. Man kann mich schon hören, wie ich höre. Klar kann man nicht hören. Ich schicke dir mal einen Link von dem, von seinem Stream. Ach, Stream Basti auch? Oder redest du gerade mit Basti? Mein Vater macht ein Jaxchak über ein A-GP jetzt. Ach so. Also wenn mein Vater nicht mehr in Ordnung ist, ne? Ja, klar. Alles gut. Ich bin gerade noch. Aber wen ihr euch erzählt habt, das ist dir bewusst, denn ich will machen YouTube. Erheben ist das cool. Ich stehe über das, das ist. Ach ja, was war's noch bei dir? Die haben gesagt, du kriegst doch was von dir, wenn du überlebst. Das war mein Bruder. Das war mein Bruder. Der ist, dass er weggegangen ist. Bei dir. Scheiße, ich gucke gar nicht mehr, wenn wir das cool Baby gerade sehen. Hallo, wir machen YouTube-Live-Live-Stream. Hallo, wir machen YouTube-Live-Stream. Ja, aber er ist kranker, aber er lässt fliegen. Lass doch auf Leon warten. Leon? Ja? Bist du liegen oder? Nein. Ich werde gerade beschossen, ich weiß auch nicht von wo. Hinter mir. Sehr gut, danke. Ja, ich bin hier gerade... Oh, da. Scheiße. Leute, das war ein Headshot, Junge. Was? Was? Ich bin hier gerade entspannt. Ich bin hier gerade schlecht. Ich bin hier gerade so hoch. Das ist ein Headshot. Ich bin hier drauf. Ich bin hier einfach drauf. Ich bin hier drauf, das war. Ich weiß, hab ich so ein chest. Ah, wieso nicht? Komm hol sie dir, komm hol sie dir. Wer ist da denn? Was? Ja, ich hab noch zwei AP. Nein! Wie viel Leben hast du, Junge? Wie viel Leben hast du? Ich hab hier einen Hit mit dem Sturmgewehr und der wäre tot gewesen. Ey, das kann doch nicht sein. Ja, ey, kommst du bei mir rein? Ja, warte. Kommst du bei mir rein? Ja, ich komme. Und dann komm in die Party noch. Warte mal kurz. Ja, dann lege ich auf. Warte mal kurz. Okay. Stumm dich mal kurz. Was? Stumm dich mal. Okay. Ja, das Problem ist, das Hetzer ist kaputt. Ich höre euch dadurch nicht. Deshalb. Ihr hört mich zwar, aber ich höre euch nicht. Verstehst du? Du kannst nicht wieder entstimmen. 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 Du kannst nicht mehr entstimmen. Du kannst nicht mehr entstimmen. Wie ist das denn? Ich denke... Ja, ich glaube... Oh, das ist anders, wenn ich das einfach nicht... ja ich finde das iphone hat das nicht wir haben das noch aber ich weiß nicht wo das ist florian ich hab mein hätte gefunden ich höre euch 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 so leute jetzt geht's los da muss noch gegner bei ihr zweiter Ich bin weg, Junge. Junge, ich bin hier die ganze Zeit mit so einem Scheiß-Hetset am Spielen, ne, ich hab hier das Hetzet, das kaputte Hetzet von meinem Bruder, ja, ich hab äh das alte Hetzet... Pink Fluffy Unicorn, Dancing on Rainbow, Pink Fluffy Unicorn. Hä, weg, wer kennt das nicht? Ich wär, ich wär vertötet. Ich geh zum, ich geh zum Dings, zum, ich geh zum Ohrendum. So, ich streame. Man hört sich nicht in meinem Stream. Hörst du mich in meinem Stream? Ja, ihr müsst das, glaub ich, aktivieren, das man noch hört. Dann weiß ich nicht warum. Ja, ich weiß auch nicht warum man euch nicht hört. Ey, der klaut mich jetzt, der klaut mich jetzt mein Jumpert, Alter, das muss ich nicht los können. Oh, ich hab ein Crossbow. Ich hab ein Obot. Ich hab ein Obot. Ich hab ein Bunches. Naja. Ich hab eine Deagle, und ich hab eine Bunch. Und ich hab... Ich hab eine normale Braue. Geh schon, Geh schon, Geh schon. Junge, geh mal weg mit deinem Gehen. Naja, das ist kaum noch so viele, Junge. Wir sind der S3, ja, ein Moment, Junge, wo seid ihr, Florian warten auf mich, ja, es geht. Finde ich nicht, das bin ich. Sollen wir dem teammate helfen, komm ich, komm ich helfe dem teammate. Äh ne, ich hab raus. Florian komm mit. Die sind da noch, die sind da noch. Die sind da noch, pass auf. Warte, 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 schimmer, 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 schimmer. Nein, 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 hier schicken sie, sie sind jetzt nicht, dass sie hier sind. Da unten sind welche. Warte, warte, schimmer, schimmer, schimmer. Was denn? Ja, ich weiß. Von wo? Von oben. Ja, von oben wurde ich auch noch abgeschossen, da kann ich nichts machen, ey. Ja, kann ich machen. Oh, Bastian, ey. Sun Traveller. Gen geladen. Niko, komm rein. Warte, schick die... Ey, Niko, schick die mal ne Faktionsanfrage, ne? Hey, ich kenne alle hier. Florian? Das ist mir scheit... Ist mir eigentlich egal, ne? Wenn du nichts kannst, Digga, schlack dich. Static. Un seul trou, euh... Ah, Mortos. Aller au fur, ich habe die Regle. Tu la tue… ... ... ... ... E�g ... Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020 Ansonsten Die ZDF, 2020 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 Die ZDF, 2020